Die Impfpflicht an sich ist klar, müssen wir haben, damit die Leute auch geimpft werden. Das Problem liegt, ich persönlich finde es, ich bin geimpft komplett mit allem, was dazugehört. Ich erwarte von der Politik, dass sie alle Bürger einschließt, sozusagen. Also, dass niemand von dieser Gesellschaft ausgeschlossen wird, nur deswegen, weil er oder sie sich nicht impfen lässt. Also, ja, das erwarte ich von der Politik, dass wir alle sind in dieser Gesellschaft und nicht nur geimpfte Menschen. Was erwarten Sie da von der Politik? Dass sie mehr durchgreift. Also, die und, 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 und Geimpften mehr in den Wangel nimmt. Also, Solidarität wäre für Impfen wichtig. Offensichtlich ist es ja so, dass Geimpfte besser dabei wegkommen, auch wenn sie nicht infizieren. Und darum denke ich, sollten wir alle gemeinsam was dafür tun. Und dann würde ich eher aufhören. Vielen Dank. Vielen Dank.